So und wir spielen weiter Saints Row und jetzt seht ihr mal an eigenem Leibe wie es aussieht wenn der Michael spielt. Ja. So ist es bei ihm immer. Alter, der leckt das bei dir extrem. Auf jeden Fall. Ja. Zu viel, so kann man nicht weiterspielen. Und deswegen muss ich jetzt mal gucken, wo ich hinfahren muss. Ich fahre direkt in die falsche Richtung. Alter, man sieht man das gar nicht, wie ich, äh, wo rumfahre. Das ist extrem, äh, fliegt man natürlich. Extrem komisch. Auf jeden Fall, also, ihr seht jetzt wirklich selber, wie ich mich abgekämpft habe, um überhaupt die Mission erfüllen zu können. Ja, ich hab's jetzt mitgekriegt, weil ich erwischt da rein. Das ist halt einfach nur, das Problem, das ist zu extrem, äh, Seezahle, äh, der hat, ich glaub, der hat zwischen mir noch gar mal angezeigt, dass es weggeflogen war oder so. Jetzt versteig ich bald hier mitten in der Luft aus. Jawoll. Geil. Jetzt lauf ich hier in der Luft rum, ne? Ne, ich spring runter. Warum auch immer. Alter, was für ein Aspeltfehler. Ach du Scheiße. Also, Hauptsteigerhaus. Also, Leute. Okay, geil. Wenn er mal aussteigen würde. Ey, der zieht also so ein Scheiß auf sich. Ah, jetzt. Ich wollte eigentlich nur einen fetten Auftritt machen, aber hab' mir gedacht, dann setz er sich gleich mit rein. Aua, aua. So, und wir gehen jetzt zum... Das wird jetzt hier die letzte Folge, nein, geh nicht an Cindy, bitte. Ne, war ja nicht. Das wird die letzte Folge mit dem Michael als Begleiter. Ja. Vorerst. Ich schätze aber, bis zu neun bisschen erst bin ich das mit dem Spiel durch. Das glaube ich auch. Also, äh, leider, Leute. Die letzte Folge mit mir zusammen. Ich hab' jetzt gerne weiter mitgespielt. Warte mal, bevor du... Stopp, bevor du da reingehst, dreh dich mal um. Und stell' dich mal hinter das Auto hier. Boah, langsam, langsam, langsam. Da, wo ich normalerweise jetzt auch stehen sollte. Wo? Du stehst bei mir drinnen noch. Da. Ja, ich steh draußen. Das rechte? Da, genau davor. So. Nein, jetzt sag's mit deinem Telefon. Wie geil. Äh, so ein Quatsch, Leute. Ähm, lauf einfach mal vorbei. Okay. Ich find's immer geil, deine Bikini-Bäune. Und ich wurde von der Ampel mit, äh, von dem, ähm, Laternenfall erwischt. Äh, einmal gegengeboxt, oder weg? Okay. So. Hier, und jetzt guck auf den Laden. Auf den Laden. Oben. Weiter oben. Weiter oben. Weiter oben. Muss'n Stück zurückgehen. Genau. Aha. Ich find das super, das sind diese, diese Werbe, na, wie sagt man dazu? Platten, die, ne, mit dem geilen Licht, also, das ist echt gut umgesetzt, finde ich. Und das kann man dann, wenn man reingeht, auch gut bemerken. Ja, wohl. Oh. Ich steig dir aufs Dach. Geh mal mal rein, Leute. So, dann kannst du dich ja auch gleich noch mal ein kleines bisschen umsehen, wie sie so aussieht, dass man die ganzen Plakate hängen. So, liebe Frau, wir hätten gerne, warte mal. Ja, ich bin jetzt plötzlich wieder von, wir hätten ja in der OP. Jawohl. Das war das Handy. Sorry, Leute. Falls ihr es gehört haben solltet. Wurscht. Gott, wir hätten ja in der OP. Kostet bei mir 450. Wäre, ist eigentlich machbar, ne? Auch für dich. Ja. Boah. Ah, na, drin mal klicken. Jawohl. Fang wir mal an. Also, Leute, das kann ein bisschen dauern. Warte kurz. Ah, dreimal geklickt, jetzt geht's. Ich kann währenddessen ja mal was anderes machen. Und zwar muss ich mal kurz mal gucken. Der ist ja nicht weit. Nein, du. Geht das? Irgendwie? Ist das deine Frau? Ja, ja. Ja. Ja gut, okay, wieso nicht? Für die letzte Folge. Das bleibt aber extrem bei dir. Komm, Latino. Erstmal dreimal reinhauen. So, was willst du denn haben? Also, ähm... Ich werd auf jeden Fall jetzt... Ah, proper education. Hahaha. Ich werd jetzt auf jeden Fall, ähm, mir einen komischen Charakter machen. Ich weiß nicht, ob er das auch machen wird. Wir werden den Charakter dann natürlich... Also, ich werd das, äh, Projekt alleine fortführen. Ne? Das läuft ja bei mir. Hahaha. Ja, natürlich. Geil. Du kannst... Ich würd dir, äh, äh, Neonblau oder sowas empfehlen. Das ist auch super. Ja. Oder Neongerüft. Hahaha. Körpermaske. Ich glaub, Körpermaske. Ja. Gut. Alter. 100. Sexappeal. Boah, geht halt langsam. Du darfst 10 Mal klicken. Du kannst auch gedrückt halten. Schön mit gedrückt halten, ne? Okay, dann zieh den Balken. Den Balken kannst du ziehen. Hahaha. Alter. Hahaha. Alter auf 100. Hahaha. Oh mein Gott. Nein, bleib stehen. Man versucht mir hier meinen... Ey, komm. Das hier mach ich jetzt mal alles auf Zufall. Na gut. So viel hat sich nicht erinnert. Aber egal. Ja, das war ja auch nur Scheitel. Du kannst theoretisch auch in der kompletten, was dein komplettes Gesicht angeht, Zufall machen. Aha. Willst du das machen? Genau hier jetzt. Zufall. Ohohoho. Gimli. Oh Junge. Alter, das leckt hier. Das ist die reinste... Ja. No. Aha. Ich bin gar nicht mitzusehen. Mich gibts nicht mehr. Achso, das ist die Saints Row Community. Ja. Ähm. Abbruch. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Hey, hey, hey. Keeper, ey. Hey. Hey. Schau mal bei mir. Guck mal hier. Hey, man kann auch mal Standing Oration haben auf dem Roller. Nice. Also, ähm. Doch, das muss ich jetzt aufnehmen. Zum Glück habe ich Frap's offen. So, zack. So. Äh. Nein. So, ich bin dann fertig. Nice. Oh. Oh. So, das werde ich dann irgendwie einsteigen. Meine Schönheits-Houpé ist dann fertig. Ne? So, absteigen. Warte mal, ich nehme es mal mit auf. Ah, fuck jetzt. Nee, nee. Ähm. Ich habe jetzt. Fertig. Quasi. Wo bist du denn? Ich wurde... Wo wurde ich denn hinversetzt? Was... Hey, ich bin ganz so anders. Wo bollerst du denn rum? Ich war gerade noch beim Chirurgen. Boah, ein Leck! Also, die Lecks sind auch nicht gut für mich. Also, bei dir schaukelt es das von mir rum. Mal meinen, äh, Charakter nochmal total verwunzt. Bäh, Alter, wie so... Ding dong, ding dong, ding dong. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ja. So, theoretisch könntest du versuchen, jetzt bis zum Kleidungsladen zu laufen. Und in der Zeit kann ich mich dreimal umoferieren. Nein, ich bin schon wieder auf der anderen Seite gespawnt. Was soll denn die Kacke? Ach nee, doch nicht. Da bin ich. Seitlich. Du musst jetzt nicht da in die Richtung rennen, wenn du nicht möchtest. Was? Ja. Warte mal, gleich mal. Steh mal, gleich mal. Mit Sonnenbrille, nice. Da hinten renn ich rum. Wo? Ich mach jetzt auch schnell nochmal Zufall beim Chirurgen. Nein, geh nicht ran. Ähm, so, dann würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal die Aufnahme kurz beenden. Dann wird's weitergehen, wenn wir beim Kleidungsladen sind. So. Ähm, gut, dann würde ich sagen. Ja. Warte. Bis demnächst. Oder bis, naja, warte mal, wir sehen uns jetzt sowieso gleich wieder. Ja, bis gleich. Jo. Und wir sind wieder da. Genau, wir sind jetzt gerade bei Lack und Leder, um uns allen zu kleiden. Wenn die Frau ist denn so brau? Ja, bei mir, bei mir fängt's gleich wieder an mit. Leck. Ich kann halt meine Dinger nicht so, meine Hüte nicht so ändern. Ich zeig euch gleich wie geil mein, äh, Typ aussieht. Das ist echt super. Ey. Jawoll. Das kann ich ja nicht machen, das verdeckt ja alles von meinem Typen hier. Ohohohoho und du musst mal save a word-spezial angucken. Das ist gut. Jawoll, mit der Sonnenbrille, das passt echt gut. Samurai Helm. Y- Gülpen. Übernehmen. Na? Gut. Schau mal, ob man einmal richtig eine geile Brille dazu bringt, ey. Hahaha. alter hört auf ja ist halt die letzte folge also nicht wundern ja ja seriös weiter da kann da gibt es lustige sachen und zwar ja ich bin auf ph menschen junge bedeckt ich und jetzt so ein scheiß alles naja ok schauen wir mal auf oder gehst du zurück ja wohl die brille alter das ist nicht gut Oh, goh, goh, goh Ja, ja, ja Gut Tritt, Alter Ey, schau mal Alter, echt komisch Kette Ey, wieso hat der das nicht genommen Was? Ne, 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 das ist ein Windows-O angezeigt, weil du ne Kette Ähm, damit du die Kette besser siehst Das hat er schon erbenommen Immernehmen Rugsack, kann man ja auch noch kaufen Hm? Hä, Astro-Rugge Genau, der Pass Hauptfarbe, rot Junge So, Token Na Boah, das gibt's nie, Alter Ey, muss hier achtmal klicken Doh, dann wird er ab나� Vielen Dank! So, ich stelle mich extra mal so an die Seite, dass er nicht sieht, wie ich aussehe. Damit er überrascht ist. Ja, na klar, komm. Jawoll. Neon-Jungle-Tanga, was es doch nicht alles gibt, so, bam, erstmal, so meine Damen und Herren, wir sehen hier einen wunderbaren Liebesbeweis String, ja, an wen diese Liebe wohl bewiesen wird. Also ich bin jetzt mal ruhig, er kommentiert jetzt. Das werden wir niemals erfahren. Es gibt auch Intim-Pierse. Das wär's, Alter, die Fratze, wenn man sie so anguckt, so. Du hast Alter auf 100, glaub ich, ne? Jawoll, wahre Liebestätten. Das siehst du nicht. Handgelenksbände. Da gibt's Handschuhe, Handschuhe, Bad Girl, Biker, Diamantnäten. Ich hab wohl die Genki-Handschuhe. Ja. Zum sanften Umgang mit dem Partner. Ach, schön. Wie kann man das jetzt... Ach. Ne, du... Ach, ne, lass mal so. Jawoll. Ach, hier, die Drittfarbe ist ja noch. Okay. Ja, kann so bleiben. Jawoll. Ja, Leute, ist doch noch... Und das war's. Mehr gibt's nicht. Verlassen. Verlasen. 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 Übernehmen. So, nochmal. Du hast das nicht erwischt. Aha. Passt da, oder? So, bleib da stehen. Beziehungsweise du kannst dich mal umdrehen, also nach hinten laufen einfach, damit wir das... Ja, genau. Wunderbar. So, und jetzt komm ich raus. Guck auf mich nach vorne. Mit dem... Charakter. Schau raus. Nur mal, da soll ich gleich kommen. Leider. Nur mal, es leckt halt. Na, wo bleib ich denn? Und gleich WUMM! Steht er da. Geh nicht ans Handy. Wie teleportiert? Aber du hast ihn gleich noch gesagt wie ich. Ja. Nur nach einer Farbe. Na. Irgendwie geht er da gar nicht. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ach du Scheiße. Alter. Das ist der Original Hartz IV. Ja, Mann. Hoppla. Lauf mal hier so ein bisschen vorbei. Um zu gucken, wie ich so... Jawoll. Und das Lustige ist, ich bin dein Mann. Warte mal. Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Die Fresse. Das ist so genial. Das ist mir nicht schuld. Alter, ne. So. So, Leute. Also. Dann würde ich sagen. Ja. Hau mir jetzt noch ein bisschen mehr in die Fresse. Wow. Ich bin tot. Du bist tot. Problem. Du liest im Shop. Kann man auch im Shop begreifen. Egal. Macht nichts. Es ist jetzt eh das Ende. Genau. Du kannst ja noch mal gucken, wie ich da so liege. Also seitlich. Wenn du da liegen würdest. Egal. Dann stehe ich halt wieder bei mir, liege ich. Bei mir bist du gar nicht da. Genau. So. Das ist ein perfektes, perfektes Bild. Um hier zu beenden. Das soll es für mich gewesen sein. Die zwei Helden. Mit Saints Row 3. Leider. Ja. Und deswegen. Oh, jetzt liege ich da und sterbe. So. Und genau mit diesem Charakter, den ihr gerade von mir gesehen habt. Oh, ich bin gerade noch mal zum Schluss ins Mikro gekommen. Genau. Passt. Immer einen schönen Gruß. Genau mit dem Charakter, mit dem ihr mich jetzt gerade gesehen habt. Am Ende. Werden wir das Let's Play weitermachen. Das wird lustig. Ich glaube das erste. Wir. Du. Ja, werde ich das jetzt. Ich bin ja leider nächstes Mal nicht mehr dabei. Ja. Egal. Aber na gut. Kann man nichts machen. Also Leute. Und. Das erste was ich wahrscheinlich machen werde, ist in einem zu einem Jurgenlauf. Das geht so nicht. Das kann ich mir nicht weiter anschauen. Gut. Also immer fleißig weiterschauen. Auch wenn nur einer noch spielt. Jo. Ne. Und dann sehen wir uns in irgendeinem anderen Video auf dem Kanal. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. So.